Wo bist du? Ich bin hier! Wo? Hier! Bevor der Skinstiland auch findet! War richtig! Richtig! Sieh! Monster! Seid ihr alle da? Der ist stark! Der ist stark! Please! Leute, kennt ihr das auch? Ihr müsst gerade so ein paar Animatronics reparieren und vor riesigen Ballerina-Robotern entkommen, weil die euch verhackstücken wollen? Und dann seid ihr auf einmal in den Backrooms? Nein? Kennt ihr nicht? Dann werdet ihr es heute erleben. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefällt. Und jetzt viel Spaß mit dieser absoluten Psychose von einem Video. Guys, what is this place? Hallo? Hallo? Warum seid ihr alle zu dritt gespawnt und ich bin alleine gespawnt? Was soll das? Ey, nehmt ihr auf, Leute? Nö. Ach so, Scheiße. Er läuft auf der Stelle. Das ist nicht nur... Gut, das ist nicht normal. Abworn! Hallo? Wer rennt hier rum? Hallo? 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 Boi! 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 Er ist hier direkt neben der Tür. Habt ihr ihn nicht gerade gehört? Der hat eine übelste Schnappatmung gehabt gerade. Ja, macht doch die Tür zu. Was ist der Alter? Oh Leute. Leute. Leute, macht auf. Macht auf. Macht zu. Nein. Wer ist gestorben? Wer ist gestorben? Whip it out. Wer rauskriegt, kriegt nur noch... Nein. Ich wollte wegrennen. Warum steht der da rum? Die Tür ist, glaube ich, blockiert von unseren Leichen. Hier ist einer mit uns drin, Leute. Macht zu. Junge, macht doch zu. Was ist mit dem? Leute. Scheiße. Du. Du. Los, du. Please. Nein. Junge. Dega. Äh, hello. Juhu. Hier ist direkt vor der Tür lang gelaufen. Jawohl. Seid gut, du, Alex. Wir sind die Profis, ne? Wir sind einfach, einfach die aller echten Profis. Jetzt ist er wieder hier. Ey, hat er vielleicht noch so eine Taschnappe oder sowas? Ja, hier liegen doch welche. Ganz viele. Oh mein Gott, Alter. Da stand auf einmal so einer von euch vor mir. Ich dachte, da ist der scheiß Typ vor mir, ey. Junge. Elevator? Ja? Nee. Leute, ich bin versteckt. Hallo, wie geht's denn so? Huch. Da ist, da war er am rumlaufen. Oh Gott. Nee, nee, das war ja ein Video, ne? Ja, ja, safe, oder? Das war der Skinstealer. Ah, Leute. Tschüss, Leute. Tschüss. Oh, ich hab den Elevator. Ja, Leute, dann, äh. Ja, da bin ich. Ja, mach doch die Tür zu! Bevor der Skinstealer auch findet. Au. So, hier sind wir im Hub. Der Hub. Der Hub. Da bin ich. Da bist du oft unterwegs, ne? Leute, die Tür ist wieder zugegangen. Ja, Junge. Na, erstmal müssen alle rein. Da ist noch so ein Control Panel. Aber dafür müssen wir erstmal alle rein. Hallo. Ah, da bin ich. Ja, jetzt, äh. Leute, ich kann nicht rein. Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Kann man die Hebel umlegen? Ja, hab's umgelegt. Junge. Alter, so eine Psychose, ey. Hallo! Ihr müsst hier drinnen bleiben, wenn das Licht ausgeht. Och, alter. Nein! Ich bin nicht dort. Alle noch am Leben. Noch. Hier, wir müssen immer in diese Räume gehen, wenn das Licht aus ist. Dann müssen wir immer in diesen, diesen Raum nicht sein. Oh! Äh, den Ausgang, meine ich. Hey. Jetzt rüber rennen. Ja, Junge, ihr blockiert mich auch. Oh, ja. Ciao, Leute. Da, wir sind alle tot. Hä? Nein, nur du? Oder? Nein? Wir leben alle noch, oder? Ja, bleibt dort nicht stehen. Bleibt dort nicht am Rand stehen. Wenn du zu nah an dem Ding dran stehst, dann schnappen wir. Oh, du bist dumm. Einfach so, weil es tot ist. Hä? Hä? Wulpo. Wulpo hat es. Ich bin das nicht gewesen. Es war doch aber hell. Nein, leider nicht. Ah, Ausgang. Perfekt. So, wir gehen zur Station. Das mache ich auch. Ja, zur Station müssen wir. Junge, es wäre ja mal ganz schön, wenn hier mal die Ausdauer nicht aktiviert wäre. In dem Scheiß-Level, Alter. Oh, Taschenlampe. Taschenflash. Kann mal jemand hier die Taschenlampe anmachen, die auch hat? Kann mal jemand die Scheiß-Taschenflaschlampe anschalten? Hallo? Nicht rennen, dann sind wir nicht. Du musst laufen. Du musst doch vielleicht vorne gehen, Herr Mio, mit deiner Flächentäche. Was? I need to run? Ach, Junge. Was ist denn los hier? Hey, Sequence. Oh, ich kriege eine Psychose, ey. Geht rein. Hallo? Leute? Hier rein, links, links, links. Hier rein. Hier rein, hier rein. Oh, 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 oh. Puh. Okay, das ist... Oh, ein Mendelwort. Oh, da. Geil. Das ist wirklich das Psychosen-Level. Level Psychose. Ey, ey. Wo, nix? Ich bin... Ja. Wo bist du? Ich bin hier. Wo? Hier. Komm her, Alter. Was ist denn los, Alter? Hier, Alter. Junge, geil, Alter. Ich hab keine Ahnung, woher sein. Das muss Bulbo sein. Bulbo. Du kannst uns hier nicht verlieren. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Bulbo. Hier. Durch die Tür, durch die hier an der Wand ist. Alter, du bist ja Goethe, sein Sohn oder so. Das ist ein Psychosen-Game. Hier liegen noch Taschenflashs. Bulbo, nimm dir eine Taschenflash, sonst... Ey, wo holst du denn hier eine... Jetzt passe mal auf hier auf die Entities, die hier auch sind. Ah, da ist einer, da ist eine Anleuchten. Anleuchten? Hallo. Bulbo, hast du mal eine Taschenlampe? Anleuchten. Klingt voll sympathisch. Bungi! Klingt wieder... Bungi! Hallo? Verblockt doch... Blockt doch nicht mein Licht ab, Digga. Ich leuchte ihn gerade an, damit er euch nicht angreift, ja? Und ihr blockt das Licht an. Da kann ich euch auch nicht mehr helfen. Bulbo, geht nicht rein? Nein, geht er nicht rein, Bulbo. Da steht übrigens Mendel Wader. Wer es Hände, die braucht, der nimmt das jetzt. Ja, mach ich. Ja, aber geht doch nicht zu nah an den Hund ran. Alter. Boah, Junge. Es ist so eine Psychose mit euch, ne? Och, hier ist noch einer. Ja, Leute, das war's mit mir. Ich bin weg. Ciao, ciao. Ciao. Boah, was geht? Bulbo, du musst jetzt nicht mehr leuchten. Renne jetzt. Bulbo, renne jetzt, während er abgelenkt ist doch. Oh! Junge! Ach, Bulbo. Ach, Junge! Mensch, wo gehst du schon so lange wieder, Alter? Ich hole mir einen Mendel Wader ab. Nee, da ist doch direkt ein Hound, Jungs. Leute, wir können da nicht reingehen, wenn da dieses scheiß Hautschild und wir keine Taschenlampen haben. Ja, dann gehen wir jetzt Taschenlampen holen. Ja, dann gehen wir hier in das Level rein. Wo ich gerade gefragt habe, oh, Junge, wo gehst du schon wieder hin, ne? Ja, dann komm zurück, dann brauchen wir nichts mehr in dem Level, Digga. Ja, wir hatten hier die Tür zugemacht, Mann. Du. Nee, das war Bulbo in der Tat. Mann. Bulbo, deine Schild. Oh, halt die Fresse. Nein, nein, nein. Lauf doch nicht drauf zu, Digga. Ja, und dann stirbst du. Block bitte nicht mein Licht ab. Geht rückwärts. Geh weg von dem Hound. Du Sp*****, Alter. Rebt jemand die Taschenlappe auf von ihm, bitte? Junge, wenn du zwei Zentimeter vor ihm stehst, boah, seid ihr alle... Oh, Junge. Ach, Junge. Alter. Mach bitte die Tür zu. Ja, gut. Geh weg. Scheiß Hund. Blockt doch nicht mein Licht immer ab. Ihr steppt immer vor mich, dass ihr meine Taschenlappe abblockt und dann... Komm her, Felix. Komm her. Reni her. Reni her. Reni her. Wer hinab und dann komm schnell hier rein. Let's go, let's go, let's go. So. Ja, aber bei dem mit dem Pfeil. Junge, hör auf rum zu brüllen. Du hast du doch nicht mehr alle. Das haben wir ja jetzt wohl schon gelernt, dass das nicht eine gute Idee ist. So 0, überhaupt nicht. Digga, mach die Scheiß Tür auf. Mach auf. Digga, hör auf, Felix. Ich bin jetzt nicht. Natürlich. Wer denn sonst, ey? Ja, das war der Hund, ne? Jo, ja. So, stell dir durch. Ich. Ja, bitte lass die Tür drauf. Ja, Junge, weil du die Tür zugemacht hast wie so ein Vollidiot. Nein. Du hättest uns fast alle drei getötet. Nee, der ist danach gestorben. Das ist halt einfach nicht wahr. Ich hab doch gesehen, wer ja gestorben ist. Mach doch die Tür auf. Junge, ist ja nicht dein Kackernst, Alter. Nee, brauchst du nicht durchzugehen. Hier hinten war ich doch jetzt schon. Ich hab den letzten Generator. Ja, bitte aktivier. Oh. Geh raus, Felix. Wir müssen wieder raus aus dem Level, sobald er den aktiviert hat. Oh, ja. Denkst du, dann ist einfach Black Screen, sobald wir das geschafft haben, oder was? Ja. Okay, hab aktiviert. Ja, gut. Habt ihr das Gate gehört? Bill Gates? Mein Gott. Ja, müssen wir durch, Leute. Ach du Scheiße. Geh doch weg von der Tür. Dieser Hund kommt da gleich durch und dann stirbst du wieder. Nein. Oh mein Gott. Rennt raus, rennt raus, rennt raus. Ey, wir schaffen das jetzt nicht, ne? Dann krieg ich eine Psychose an. Ah. Breche Kontakt ab. Alter, das ist nicht dein Scheißernst. Es ist nicht dein Scheißernst. Wehe. Ich krieg so eine Psychose, wenn das jetzt nicht offen ist, ne? Ich war so kurz davor noch. Bitte, das ist Kackspiel gespeichert, ne? Sonst krieg ich... Oh, das Gate ist offen. Och, alter. Alter. Nee, wenn es nicht offen gewesen wäre, dann hätte ich gar nicht geschossen. Das war's nicht. Komm in den, komm in den Tor. Ja! Oh! So weit haben wir es noch nicht geschafft. So weit waren wir doch nie, ne? Oh, geht doch alles weg. Ach, danke. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017